hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren folge shift happens mit dem max wir haben jetzt die special special folgen die letzte haben wir ja leider mussten wir dann abbrechen erstens war natürlich die folge zu lang und zweitens hatte der liebe max wieder ein black screen und meine anzeige war auch irgendwie ganz eigenartig aber es macht nichts ich weiß jetzt nicht ob das jetzt immer an dem level liegt oder nicht wir haben es davor auch schon oft mal probiert und da hat er immer wieder einen schwarzen bildschirm bekommen also vielleicht liegt es auch leider an den levels wir müssen jetzt mal testen wie das weitergeht kann mich nicht ruhig halten ja okay los ist ja auch noch ein early access spiel was auf steam zu erhält erhältlich ist von klang games also muss sagen wir haben davor die letzten forest level gespielt und da hatten wir das überhaupt nicht mit dem black screen du willst mal probieren was ach so ja klar kann ich machen dann hüpfe ich einfach nur rüber ja hoch wie entspannt schauen wir mal bist du tot gewesen ja weil bei mir die plattform nicht weg war du hast von mir den hebel nicht gedrückt ich bei dir natürlich ja doch jetzt passt gott jetzt muss ich ja jetzt habe ich jetzt den hebel nicht betätigt oder doch du bist aber du bist auf dem würfel gestanden mein guter auf dem würfel stehen ist ein bisschen schwierig ich stehe immer auf dem würfel echt ja klar nee ich habe den hebel nicht betätigt deswegen jetzt nein man drückt automatisch erstmal in die andere richtung ja weil du halt wieder zum würfel hin laufen muss okay ich kann wieder nichts drücken okay meine ja ich muss keine aufnahmen ausmachen eine minute 20 ich ach so nee 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 warte mal ich habe dann level neu starten gedrückt geht es wieder also nicht beim steht arbeitet zusammen um nach oben zu kommen und ja geht oder hashtag ja also dann geht das wenn das bei euch auch der fall ist einfach level neu starten geil wenn wir schaffen würden machst du oder ich ich nein nein ich wollte alles gleichzeitig drücken rüber springen zieht das ist echt voller scheiß job muss man ehrlich sagen wie kommen wir eigentlich über den anderen würfel drüber können wir uns erschieben wie wir wollen wenn die plattform einmal steht dann können wir den grün würfel hin und her schieben die wir ihn gerade brauchen drüber zu kommen ich bin gespannt ob wir darüber kommen ich habe ja schnell 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 ich habe ja jetzt muss er weg der würfel muss weg ich habe ich bitte du scheiß würfel geh weg der bleibt da warte mal hast du wirst du wirst sowas von sterben warte 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 ist gar keine so schlechte idee ja und dann kommt wieder einer nicht hoch aber wir könnten es riskieren was denn geht du mal rüber komm dann nicht durch nein das darf nicht sein dann funktioniert doch jetzt okay und jetzt ziehen raus ich habe angst nein man aber das ist unser plan ja völlig für den arsch obwohl nee ist er nicht wir können hier wir können schon so machen wir müssen ihn halt vielleicht ist auch einfach nur hängen geblieben und der löst sich von alleine eigentlich auf naja kann auch sein und das ist jetzt meine einzige hoffnung ehrlich gesagt kommen die entwickler und sagen also eigentlich wäre das ganz anders gegangen eigentlich ganz einfach ja oh gott das schaffe ich wahrscheinlich nie wieder er bleibt wieder da hängen aber jetzt war aber vielleicht wegen das ist doch das ist doch kacke weißt du was wir nehmen wir müssen das jetzt gemacht ja klar der fällt natürlich da auch durch okay aber das gibt es noch nicht dass dir zweimal so auf der kante liegen bleibt ja das ist doch echt verhext jay also jetzt hast du geh weg nein du hast mich eingequetscht raus weißt du was ich weiß wie es geht nimm ihn mal ab nimm ihn mal ab die entwickler lachen sich tot wenn das jetzt klappt einfach nur hochnehmen ich kann ihn nicht nehmen wirft ihn hier hoch dann bleibt er okay ich muss er muss irgendwie da hoch auf diese graue plattform ich darf ihn nicht werfen weil sonst werfe ich ihn irgendwo da hinten hin ach so kannst du dir nicht nehmen wenn du groß bist ich werfe ihn mal hoch warte ich werfe ihn hoch und dann drückt e nein das wäre natürlich jetzt auch geil gewesen aber jetzt ging es jetzt ging es mit e also ich weiß jetzt okay komm doch mal her nein verdammt die hühner kackt jetzt ist es verkackt jetzt haben wir aber hast du gesehen er hat gewackelt komm schon einfach mal auf den bauch trommeln ach so ich riskier das jetzt ja aber nee kannst du ja nicht da kommt man nicht mehr durch jetzt schaffen wir das dreimal hintereinander und dreimal bleibt da hängen ja wir haben es jetzt schon dreimal hintereinander geschafft dass wir den Block da reinziehen dass du den Block da reinziehst ja nein dieses Mal hat es nicht ja ist natürlich auch echt Timings Sache weil du musst immer vor mir eigentlich mhm aber das hat bis jetzt ja eigentlich immer ganz gut ich wette dass das niemals so geht da gibt es einen anderen Weg aber wie fällt jetzt auch gerade nichts anderes ein nein wow wir waren gerade so schnell warum hast du den Block nicht mitgenommen haben wir gesagt ich muss das machen ne nein nein achso das Problem ist dass wenn du voll in Fahrt bist und willst den Block eigentlich mitnehmen dann ja ja auf die andere Seite wie als wenn du ihn nicht mitnehmen würdest scheiße hast du gesehen hast du gesehen da war aber auch so ein bisschen noch drin ja verflucht sein soll dieses Level das Problem ist natürlich dass wir jetzt auch voll auf diese Idee versteift sind ja man muss ja auch mal ein bisschen testen oh jetzt weiß ich nicht ob ich den zu nah hingestellt habe egal ja habe ich ich habe zu nah mein Fehler sorry wollen wir einfach mal probieren durchzulaufen ja ey wenn das klappt dann glaube ich sterbe ich echt den Tod ich glaube nicht ich glaube aufs leg ihn in die Mitte ich hoffe echt dass das jetzt nicht geht was ist dann weil das wäre wenn wir da jetzt einfach durchlaufen könnten na soll ich dir was sagen ich hätte es fast geschafft du hättest es geschafft wenn ich nicht hängen geblieben wäre das glaube ich jetzt nicht du hättest es definitiv geschafft es ist doch echt zum das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt ne es gibt immer so paar Sätze die man total selten dann eigentlich sagt gell mittlerweile äh Mäuse melken scheiße ist was ich ich hoffe ich lache nicht zu sehr in das Mikro rein ne überhaupt nicht meine Ohren sind schon taub ne Schwan nein ich bin einfach den Schalter nicht erwischt komm jetzt schaffen wir es Alter wir waren doch genau gleich auf fast wahrscheinlich deswegen vielleicht dürfen wir nicht zu zweit herum ich weiß es nicht ja müssen wir ja sonst schaffen wir es niemals ja aber eigentlich hat es schon geklappt gell ja wir müssen einfach perfekt springen oh wir müssen echt sofort über diesen wir müssen immer schauen dass wir über den ersten Block ein bisschen schneller drüber kommen ja man darf nicht warten bis die Kante an der anderen Kante anschließt weißt du was ich meine nein okay das war mir klar ich weiß nicht welche Kante du meinst von den Kanten hier schau mal schau mal wie ich jetzt spring gleich ich werde dir ein bisschen voraus sein oder auch nicht nein okay das ist totaler Schwachsinn das ist einfach nur Glück oh scheiße ach so wir haben natürlich auch mal getestet wie das ist wenn der Block ähm runterfällt dann ist das Level auch vorbei also ich denke wir brauchen den Block ja wahrscheinlich weiter oben das ist das Schlimme dass es ja noch weiter geht also anscheinend das ist zwar über uns da nicht mehr wirklich was nein oh Gott ich komm da nicht drüber hast du warst du noch dick ne ich bleib jetzt mal klein achso ne kann ich ja gar nicht kann ich besser schieben wobei doch ich kann auch klein schieben ach scheiße jetzt schaffe ich es nicht nein weißt du was mir gerade auffällt was denn was bin ich was kann jetzt sein dass wir sterben aber das muss ich jetzt mal kurz testen ja ja nein aber weißt du was ich meine dass wir dazwischen sind ja ja so das würde auch gehen ja das würde auch gehen oder lass lass doch einfach daneben mal du dazwischen hey alter das habe ich dir vorher schon mal vorgeschlagen du sagst nein das geht nicht ja weil ich nicht gewusst habe dass ich das überhaupt kann nein lass es mal so wir hüpfen einfach drüber aber du sollst dich dann klein machen ja okay aber ich schiebe ihn auf jeden Fall rüber ja ja oh scheiße einmal bin ich zu sehr hoch gehüpft ich muss sofort also hüpfen darfst du eigentlich gar nicht ja aber es läuft es läuft es läuft so machen wir es jetzt nochmal es läuft mega du musst positiv denken Schatzi ja du kriegst noch nein wie habe ich das jetzt gemacht egal du kriegst ja eh noch eine Vorspeise von mir ja stimmt das war jetzt blöd ich musste dich so hinschieben dass die was ist jetzt ähm wo bist du es geht wieder nicht mach Level Neustart oh man geht's jetzt warst du wieder schwarz oder ich hoffe ne ne ich war nicht schwarz aber bei mir bist du nicht mehr da gewesen die ganze Zeit zurückgefallen und ich konnte den Hebel nicht betätigen so jetzt stehen sie perfekt einfach nur rüber jump ob soll parallel sterben aber jetzt waren wir wieder so langsam ne ja entweder waren wir zu langsam ich glaube immer noch nicht dass wir die richtige Lösung haben aber aber schau mal wir haben voll viele Lösungsvorschläge oh jetzt hab ich verkackt Lösungsvorschläge ja das stimmt jetzt müssen wir aber wieder bei beide drüber wir haben es oh mein Gott oh mein Gott ich bin aufgeregt jetzt dürfen wir halt nicht sterben äh äh ne andere Seite hier nein doch oh mein Gott oh mein Gott mach keinen Scheiß äh die Kugeln sind mir so piep egal mir auch ah wir müssen wir müssen die drüber oh scheiße Beeilung 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 nee du bist du bist nein falsche Seite ja 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 wir müssen okay bei mir ist schon wieder schwarzer Bildschirm okay jetzt ist das komplette Spiel jetzt hat es mich komplett rausgehauen wie lang ist die Folge denn ja 16 16 Minuten Freunde einladen das Problem ist ey wir müssen das jedes Mal schaffen man kommen sie rein mein guter yes ja ich bin schon unterwegs du bist schon unterwegs dir ist schon klar dass wir das jetzt einmal geschafft haben und da oben geht es auch noch weiter ja paar Mal probieren wir es noch ja so oft können wir es eh nicht mehr probieren nee zweimal oder wir schaffen es okay bei mir müsste Grüne dann hin gell ja genau andersrum aber das können wir ja dann wechseln warum komm ich da jetzt wieder nicht drüber ich verstehe das manchmal nicht okay meine da hörst du gegen ne Wand okay meine was tagt mir jetzt bei dir keine Ahnung ich konnte mich grad nicht bewegen ich fasse es nicht okay jetzt gleich nein bitte sag mir das was jetzt nicht passiert ist oh man warum ähm ja ich wollte den Block gleich rüber bringen komm mach weiter ich hab mich grad eigentlich groß gemacht keine Ahnung was weiß ich Hashtag Brain AFK warum sagen wir ehrlich ich sag nie Hashtag außer wenn ich dieses Spiel spiele oh ich hab's verpennt egal außer seitdem du mich kennst nein ich hab's verkackt nee also ich würd sagen äh wir lassen das jetzt mal mit der Folge ja der Max dreht eh am Rad grad grad am Rad genau der braucht jetzt bald eher einen Tropfen und dann machen wir in der nächsten Folge weiter wisst ihr was wir sagen wir können wenn ihr eine Idee habt schreibt es unten in die Kommentare ist nicht so dass wir da nicht offen für sind vielleicht sehen wir irgendwas nicht was viel einfacher für die Stelle ist ja auch gerne an die Entwickler verratet uns die Lösung ja hallo die Lösung die hatten wir ja die äh ich wette das geht noch irgendwie anders glaub ich die Würfeln müssen ja nee ich mein für unten wo wir uns immer hier mit unseren äh rüberlaufen so schwer tun aber egal jetzt lassen wir hier einen Cut machen ja genau bis zur nächsten Folge bis dann ciao 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 izb